So So, hoch da Ja Ja, hier geht's ganz schön Hier ist ganz schön viel los Oh, meine Güte, dann hier los Oh 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 Ja Der Wun war ganz schön übel Mitgenommen Und wir haben ein Problem Meist haben wir nämlich nur noch Drohnen Oh Und nur noch Drohnen hier Oh, und ein Facehacker Ja Obwohl, könnte man nur als Waffe nutzen, ne Wofür zählen uns mal hier hin Tja, das war jetzt doof Eigentlich muss ich die mal Komm, ich komme hier weg Ich komme hier weg Ah, man kann den ja loslassen Ja, wenn ich ihn mal Königin mache mich mal verziehen Und wieder hier hin, wo ein neues Nest. Ja, dieser Facehugger, der kann sich ja mal hier, kann ich auch den mal nehmen hier, so. Ja. Ja, jetzt haben wir ein paar Problemen, haben wir eben voll Mist gebaut, ja im Grunde. Haben wir uns hier ein bisschen breit gemacht, hier haben wir noch ein paar Drohnen, die können wir aber mitnehmen. Kann man auch hier mitnehmen. So. Ja. Kann man die Mana auch mal upgraden. Ja. Das ist wieder ein bisschen etwas, das ist nicht so einfach, ja. Ich finde ja nicht so einfach. So. Ich muss mal ein paar Praetorianer haben. So. Infantrie. Körn. So. Und noch ein Körn. Ja. Das lief eben nicht so super, leider. Das lief leider nicht so super, aber wir haben hier ein paar übereinsammeln können. Ja. 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 Nachtposten. So. Und mitnehmen. So. Ob wir hier ein paar mitnehmen können. Da sind alle schöne Krieger, die können wir mal richtig gebrauchen. Ja, das lief eben wieder gar nicht. Also eben wurden wir wieder voll angegriffen. Wir haben alle einen verloren. Durch blöde Dummheit. Ich glaub das war Dummheit, glaub ich. Ja. So. Wir machen jetzt wieder ein neues Halten, wieder ein neues Ding hier. So. Wir müssen ja eh alle erwischen. Also scheint ja auch begrenzt zu sein. So. Okay. Ja. Müssen wir mal ein bisschen warten. Aber es dauert natürlich so gesehen nur am längsten und entsprechend auch Einheiten zu kriegen. Also. Ist wohl auch schon der Best-Sharic-Stick. Das ist ja auch schon drin. Von wegen dass das. Das aufwändigste ist. Auch wenn man relativ. Wenn man halt. So man. So man. So man SUD ständig halt. Dingens hat kommen. Relativ. halt. Kostengrünstig entsprechend auch ans Einheiten-Limit. Aber. Ja. Es klappt nun nicht ganz über einfach. So einfach geht es natürlich dann nicht. Weitere Versorgung. Was wird denn im Togo? Da hat ihn irgend so ein Tittig reingeschlichen oder sowas. So. Was ist das? Maaan. Kommt jetzt gar nichts. So. 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 Das gibt's doch nicht, ey. Verwunden wir plötzlich über die Königin verloren, kurzerhand. Wie, ich habe noch ein paar Probleme mit dieser Rasse. Das ist gar nicht so einfach. Äh, wie viel Zeit haben wir denn? 35 Minuten, 6 Mal nicht mehr gebraucht, ja. Vielleicht schaffen wir es ja noch. Noch ein paar Minuten haben wir ja noch Zeit. So. Bring ihn mal weg da. So. Der hat, der muss sich immer, der hat keine Beine mehr. Der muss mal kurz, sich wieder aufrichten. So, hier ein paar neue Einheiten. Gleich ist er wieder dabei hier. So. So, jetzt haben wir wieder gehalten worden. Jetzt geht er wieder auf. Cool. So. 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 So.